6 Uhr morgens. Auf Claudia Petersen warten 16 Stunden Action. So wie jeden Tag. Frühstücken, Pausenbrote schmieren, den Tag koordinieren. Auch heute wird sie von einer Arbeitsstelle zur nächsten hetzen. Keine leichte Aufgabe, denn die 49-Jährige hat mehrere Jobs, um ihre Familie zu ernähren. Ich brauche zwei, drei Jobs, damit ich überhaupt überleben kann. Mit meinen Kindern, das muss alles finanziert werden. Und mit meinem Hauptjob finanziert sich die Miete. Und dann war es aber auch schon mehr, hätte ich nicht mal was zum Essen oder so. Also auch kein Auto. Um halb acht radelt Claudia Petersen mit den Zwillingen in die Schule. Dort arbeitet sie seit zwölf Jahren halbtags im Sekretariat. Das ist ihr Hauptberuf. Hier ist sie fest angestellt. Aber schon auf dem Heimweg plant sie weiter. Um eins oder zwei, je nachdem. Ob ich Überstunden einsetzen will oder nicht, fahre ich dann wieder nach Hause. Und dann geht es halt weiter mit dem nächsten Job. Seit zwölf Jahren ist Claudia Petersen dazu gezwungen, mehrere Jobs zu machen. Die 49-Jährige lässt sich ständig etwas Neues einfallen. Wie bügeln für die Nachbarn. Die Kunden bringen mir die Wäsche, das ist der Luxus. Und ich liefere sie dann zu denen zurück, wenn ich dann gemacht habe. Auch Romy Schneider musste feststellen, dass ihr Beruf als Altenpflegerin für Demenzkranke nicht genügt, um im teuren München über die Runden zu kommen. Heißt für sie nach Dienstende ab in den Bus und auf zum Nebenjob putzen. Also der Zweitjob ermöglicht mir alleine schon mal dadurch, dass ich hier neu in München bin, eine bessere Ankunft. Und ich kann mir auf jeden Fall Sachen leisten, die ich mir sonst nicht leisten könnte. Möbel natürlich, die mal ein bisschen besser sind. Hauptjob und mehrere Nebenjobs. So geht es rund zweieinhalb Millionen Arbeitnehmern in Deutschland. Heinrich Birner von der Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass gerade in den Städten die Tendenz zum Multijobbing weiter steigt. Für mich ist das krasse Beispiel immer das Beispiel der Erzieherinnen. Die arbeiten tagsüber in der Kita Vollzeit und müssen dann entweder am Wochenende an der Supermarktkasse noch arbeiten oder sie bedienen abends noch in einer Gaststätte. Das sind für mich unhaltbare und unzumutbare Zustände. Besonders schwierig für Romy Schneiders Zeitmanagement. Ihr Tagesrhythmus richtet sich nach der Patientin. Immer wieder hat sie Angst, einen Termin zu verpassen. Was ich mir für mich wünsche, ja, vielleicht so viel Geld, dass ich mir auch mal einen Führerschein und ein Auto leisten kann, um schneller an den Orten zu sein. Um 17 Uhr tritt auch Claudia Petersen ihren letzten Job des Tages an, ebenfalls putzen. Insgesamt reinigt sie vier Häuser mehrmals pro Woche, auch samstags. Jammern, nicht ihr Ding. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass meine Kinder gesund bleiben und dass ich es vielleicht auch noch eine Zeit lang schaffe. Ein Tag, drei Jobs. Claudia Petersen kann endlich nach Hause. Und dort warten schon ihre hungrigen Kinder auf sie.